Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das passende Zusammenbau-Video zu dem Harry Potter Lego Unboxing. Also hier nochmal ein paar Informationen. Es gehört zu der Reihe One Picture, Four Options. Es ist mit 4249 Teilen ausgestattet und trägt die Serie Nummer 31201. Es gibt die Optionen Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff und Slytherin. Hier bauen wir gerade das Slytherin-Bild zusammen. Vielen Dank. Und nun ist das Bild endlich fertig. Es werden nur noch die letzten Verbindungen gesetzt. So sieht es nun schlussendlich aus. Auf jeden Fall liken und abonnieren. Ciao!